Vögelei Was ist da drin? Das hast du dir neulich nachts online angesehen. Zwei Lesben und ein Typ, der wie ein dicker Jesus aussieht? Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ich habe einen Arzt geheiratet. Erstes Wort. Erstes Wort. Es ist rot. Impotent. Irre. Faul. Dämlich. Unbefriedigend. Das war vor neun Monaten. In unserer Ehe gibt es einfach etwas, wo es noch nicht so richtig hinhaut. Ab geht. Ihnen ist bewusst, dass Sie etwas Besseres hätten haben können. Niemand, der besser aussieht, der besser gebaut ist. Nein. Nein. Gut, also gibt es schlimme sexuelle Probleme. Chloe ist bezaubernd. Ich verstehe nicht, wieso du sie ziehen lassen hast. Nein, sie ist zu nett, zu perfekt. Heilige Scheiße. Geil, stimmt's? Ja. Er ist doch eigentlich voll dein Typ. Du bist mein Typ. Ich stehe nicht auf gut aussehene Männer. Ich möchte mit dir davon fliegen. Tut mir leid, aber diese Taube flattert gefährlich nah am Ventilator. Ich werde nicht aufgeben. Du gehst mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Nettes Lieb. Langweilig. Warmherzig. Wenn du es warm haben willst, kauf dir eine Heizdecke. Die kann gut mit Kindern. Das konnte Michael Jackson auch. Schade, dass man dein Hirn nicht in ihren Körper stecken kann. Das wäre echt hammergeil. Stell dir mal vor, man würde ihr Hirn in deinen Körper stecken. Oh mein Gott, da kommt Frankenstein nur mit riesen Möps. Keine Sorge, ich würde dich trotzdem flach legen. Jetzt mal im Ernst. Ich werde nie wieder einen anderen Penis sehen. Fairerweise muss man sagen, dass du schon mehr als genug gesehen hast, oder? Ich sag nicht, dass du ein Flittchen bist. Aber auch nicht das Gegenteil. Ein digitaler Fotorahmen. Den müssen wir nachher mal ausprobieren. Also das ist Marokko. Hier sieht man das Hotel. Und das ist... Uh, das ist Doggy Style.